Musik Ich bin Max und wir befassen uns heute besonders mit dem Thema, wie smart eigentlich smart ist. Ich wusste, dass Schlaf für unser Gehirn wichtig ist. Aber dass wir im Schlaf auch an Problemlösungen arbeiten, das hat mir die Grundlagenforschung von Susanne Diekelmann gezeigt. Alexa, wie ist das Wetter? Aktuell 18 Grad Celsius bei überwiegend sonnigem Himmel. Schon toll, aber sie führt immer mit. Manchmal mache ich mit Ansorge um meine Privatsphäre. Das ist einfach unglaublich gut. Wenn das Kompliment kommt und gesprochen wird, ist es ein bisschen übertrieben. Ich liebe dein Gesicht. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.